Das ist eine Irrenanstalt, mehr weiß ich nicht. Der kriminelle Geisteskranker. Wir kommen auf Shutter Island. Und dieser weibliche Gefangene ist irgendwann in den letzten 24 Stunden geflohen. Noch verwirrender ist, dass wir nicht wissen, wie sie aus ihrem Zimmer gelandet ist. Als wäre sie durch die Wände hindurch verdunstet. Zu dem Leuchtturm da hinten will ich rausfinden, was auf dieser beschissenen Insel los ist. Du bist der scheiß Rat in einem Labyrinth. Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio in Shutter Island, Freitag, 20.15 Uhr.